Hallöchen, ihr Bad Nausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Projekt Ozone mit dem lieben Schwabenbolz zusammen, hallo. Hallo Bad Nausen. So, ich bin immer noch auf der unheimlichen Suche nach einer Fledermaus. Ich bin immer noch auf der unheimlichen Bausuche nach den Tiertürmen. Vor allen Dingen brauche ich zwei, das ist ja das Schlimme. Ist ja nicht so, dass ich nur eine brauche. Nein, ich brauche zwei. Na, meistens ist es ja so, wenn du wirklich mal die gefunden hast, dann hast du ja auch. Diamond. Das ist aber eine stramme Höhe hier, 68. Wer braucht schon Diamond auch? Ja, ich meine jetzt so von der Höhe her gesehen, 68 ist schon ziemlich hoch. Aber ist auch die Meinung Dimension. Ja. Ja. - Teil 3 Ich brauch noch die Teil 3 Teil 3 Teil 3 ich hoffe ihr könnt aber ich hoffe ihr könnt noch flieder muss es bauen weil das ist eigentlich ich weiß jetzt gar nicht ob die die richtige höhe ist hier oder vor allen dingen bio und das weiß ich nicht ob das auch das ausschlaggebend ist weil das heißt hier halt meinen bio haben wir noch ein zeit mit einer zieht jetzt auf einmal geht es nicht ich habe auch bis jetzt nur wieder zwei gefunden von dem letzt die frage ist wie kann man auch bauen teilweise da müssen wir mal gucken warte mal was gibt es denn dafür dem jetzt kann man die bauen schade im letztlich allgemein rezept hinterlegt habe ich man gut ja gut das kann natürlich sein dass die abgeschaltet ist weil manche kannst du nicht bauen zum beispiel die für die normale welt die kannst du nochmals auch bauen also dass da so eine flat welt ist zum beispiel normal so kannst du die bauen habe ich so viel muss ja oder da muss ich wohl noch mal in twilight ja gut oder oder die dark den tempel machen da sind auch auf dem dem letzten ich brauche aber tun keine dem hallo also ja gut bei mir rebus gibt es ja auch kein ton gebrauch wo du fragst mir jetzt was weiß ich jetzt gerade gar nicht kann ich ton mit magical groups herstellen ja ja und wasser und da fällt es wahrscheinlich wieder ja wasser haben wir glaube ich nur zwei essenzen und keines keine angebaut ja in der höhle war schon mal keine fledermaus leider ja wo sollte man so sowieso sollte man sonst fliedermäuse herkriegen vor allem fliedermäuse weißt du da kommen die mit fliedermäuse ist selern vielleicht im ob da oben stimmt da können auch welche sein gerade mal rein ja ist auch keine hoffe ich überlebt es jetzt wenn ich da rein ja bestimmt schaffst du schon naja problem ist halt dass die krippe explodieren und alles kaputt macht ich weiß ich komme nicht mehr raus kacke ist im auto im arsch aber sind so blöd die schießen sich selber ab ich vermisse du hast wahrscheinlich jetzt noch nicht mal sind fliedermäuse gesehen da drin so dass sie sich noch niemals gelohnt hat jede menge kripper die jetzt den mob tower in die luft gehabt haben mh cool da da war schon easy die mob tower reinzugehen ist einmal so wie ich sage darf ja glaube ich ja klar logisch kommen halt schon wieder creeper her oder rot ja auf ja auf ja ja na komm creeper komm du bist so doof ja 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 es ist ja Ich dachte gerade, für was bin ich jetzt im Moppt, aber ich brauchte das gar nicht. Oh, Schrott. So. Das war auf jeden Fall der Grund, warum du gucken wolltest. Stimmt. So, wo war ich jetzt stehen, lieber? Okay. Auch die Hardwall 3. Tier 2, Tier 1. Tja, da muss ich mal gucken, wie ich am besten... Warte mal, ich glaube, ich habe eine Idee. Vielleicht habe ich da Dimlet für Fledermäuse. Für die Mobs. Dort gibt es ja auch, die gibt es ja auch. Ich wollte Tier 4, also gibt es sogar mal Tier 5, jetzt hier auf. Und dann brauche ich die... Ah, es ist... Ah, dynamische... Ah, du kann jetzt... Ei, 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 ei... Energische Legierung, aber das haben wir, glaube ich... Da sollten wir eigentlich die Essenzen sogar haben. Ja, geschah. Ja, haben wir gehabt, haben wir nicht mehr. Ich versuche, ich mache gerade mal ein paar Chance Cups auf, weil da auch zwischendurch, ähm, da könnten auch mal Fledermäuse rauskommen. Okay. Wie gesagt, können. Muss ja nicht, aber kann ja auch vielleicht sein. Ja. Oh. Dann find ich mich nicht hin, Verarzen. Aber jetzt... Ei, ei, ei... Ja. Doch, das ist sowieso dann so. Wahrscheinlich für Tier 5 noch höhere. Hm. Oh, so. Hatt ich eine, äh... Bin ich froh, wenn man wieder was anderes machen kann, wie das Crafter. Ich glaube, das wird nichts mehr. Also nicht mehr viel. Weil die, die, ähm, Dingens, äh, Quests haben wir ja alle schon gemacht. Wo wir halt Twilight und so machen mussten. Leider. So, zwei Dimlets habe ich noch. Gucken wir mal. Dann schaue ich mal, ob ich vielleicht Fledermaus als... Dimlet habe. Kohle pulverisiere. So, wollen wir denn die Mox hier. Da. Kühe, Wölfe. Mach mal Kühe. Schweine, Snowman, Garst. Pigman. Natürlich nicht. Klar. Jeden scheiß nur den. Wo kriege ich ihn wieder? Kannst du vielleicht mit der allergische Legierung wieder anpflanzen bei Magic, glaub's? Äh, ja, kenn ich. Klar. Ja. Du weißt schon, mit dem Filtersystem stehe ich rechts auf Kriegsfuß. Ja, kenn ich von dir. Ja, kenn ich von dir. So, aber nehmen wir ihn dann raus. Warte mal, ich guck mal. Theoretisch kennst du die Minico-Essenzen raus, nimmer. Mini... Mini... Mini-Zio. Ja, du weißt jetzt, warum wir die jetzt eigentlich noch brauchen? Die haben wir gar nicht alleine drin. Okay. Ähm, ich nehme mal... Du nimmst die Gold-Essenzen raus. Aber Stahl. Gold haben wir eigentlich genug. Sertus-Quartz haben wir auch 80.000 drin. Äh, Gold haben wir immer noch. Ich nehme mal die Gold raus. Dann feiern wir noch eine 30.000 Gold zieht's im Lager. Eben. Wo sind wir noch, ähm... Arschvoll. Weiß ich. So, 20.000 Barra. Dann muss ich die jetzt noch eben abbauen. Gucken, wo waren die? Aua. Aua, Aua. So, was wollte ich jetzt eigentlich? Äh... In Romana Stiel. Basis 4, ich brauche die Dinger, aber... Da ist Gold, ne? Genau. Energische Legierung haben wir nämlich echt nichts mehr. Auch keine Sätze mehr. Äh, ich habe gerade angebaut. Wer geht's darüber? Ach, da fällt noch mal so ein Katalysator an. Wie jetzt? Na endlich. Woher noch das Ding da hin? Wieso? Und da müssen wir hin. So. Ah, jetzt Tier 5. Da gibt's mir jetzt schon Angst davor. Was ist Tier 5? Ich will jetzt gar nicht wissen, was ich da brauche. Ich fahre immer noch Fledermäuse, das ist viel schlimmer. Ja. Haben wir nur 16 Seats von den Nengetica-Leuten? Das ist ganz so frech. Okay, dann nicht. So, ich wollte gerade mal gucken. Kann man irgendwie... Irgendwie... Da ist das Mob. Bad Dimlet. Ja. Toll. Ja. Energische Legierung, die fehlt. Die kriege ich doch auch anders, oder? So nett. Ich gucke jetzt mal. Ich werde mal... Ich werde mal in der Dimlet Dimension, also in der F Tools Dimension mal nach den Häusern gucken für die Dimlets. Okay. Weil sonst... Ne, brauchst du nicht. Weil sonst... Toll wird grad dunkler. Super. Das ist ja gar nichts mehr. Krass. Warte, ich leg mich gleich ins Bett. Warte mal ganz kurz. Ich glaube, das ist hier... Das hilft dir, glaube ich, nicht. Ui. Ach, da ist ja sogar so ein Kondensator drin, ne? Hätte ich ja gar keinen. Hätte ich rausziehen wollen. Oh, hier sind Dimensional Shards. Cool. Da nehmen wir uns mal ein paar mit. Ich leg mich mal kurz rein. Da nehmen wir doch mal ein paar mit hier. Ach doch, geht wohl in der Dimension. Cool. Da hätte ich jetzt nicht gedacht. Der Banose hat einen Erfolg erzielt. Exotischer Bergarbeiter. Mhm. Cool, ne? Inzwischen das. Exotischer Bergarbeiter. Das ist hier die Dimensional Shards. Die findet man nur in den Dimensionen, ne? Ich tue jetzt einfach mal so, als ob ich wüsste, von was du sprichst. Ähm, und zwar braucht man die nämlich normalerweise, um Dimlets zu bauen. Dimlets. Und wenn die jetzt wahrscheinlich hinterlegt sind oder so? Doch, da sind sie. Terrain Flat gibt es hier zum Beispiel. Achso, das sind nur die, die einen, ja, das sind die normalen halt nur. Aber wie gesagt, es gibt einmal halt normalen Himmel und normale Welt halt. Gibt es noch. Vanillawelt oder was? Ja. Mob Default. Ja, dann gibt es auch. Naja, aber ich sag mal eher, Vanillawelt, da finde ich es definitiv leider im Riesen. Also die würde es geben. Diese. Und da finden wir definitiv Lehm. Ja. Oder Ton. Ja. Nein. Unwahrscheinlich, weil... Das musst du bei den... Ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ob das... Obwohl, ne? Das wird random erstellt, glaube ich. Oh, geil. Ein netherstar und ein anziehender Kristall habe ich. Nicolid, was hat der hier? Robyn? Alter, die ganzen, die ganzen, habe ich noch gar nicht gesehen. Diese ganzen Orbs hier. Ne? Die in der Dimension sind. Da, wo das Öl drin ist halt. Ja. Die bestehen komplett aus Erz. Verschiedene. Okay. Ich habe jetzt schon... Mo... 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 Was? Moituit. Okay. Vielleicht finde ich ja dein Erz, was du da brauchst. Du brauchst ja irgendeins, ne? Für irgendwas. Ähm, nö. Brauchst gar nichts mehr? Okay. Hattest ja erledigt. Glaub ich nicht, oder? Brauche ich was? Du hattest... Du hattest... Du hattest... Letztes Mal hast du noch irgendwas... Du brauchst irgendein Erz von Metallurgie, glaub ich, war da was. Ne, ich habe da Maschine von Metallurgie, so eine Dingbox drin da. Achso. Vor allem, ich finde aber nicht einen. Warum finde ich denn keine Gebäude hier? Wo die Dimlets drin sind? Hm. Ich könnte gleich mal aus Spaß, könnte ich einfach mal so eine Flat-Welt erstellen. Einfach mal so. Mal gucken, ob da eine ganz normale Vanilla-Welt ist. Alles mit Default, weißt du? Also einfach Default-Welt, ähm, Mobs und so. Da müsste ja eigentlich dann funktionieren. Dann müsste ja eine Vanilla-Welt werden. Weißt du, was ich jetzt mache? Weiß ich nicht. Kaffee trinken? Essen? Oh, jetzt die Türme auf. Da. Ah, da ist das Schleim. Oh, jetzt die Türme auf. Ich verzieh mich wieder nach Hause. So, dann guck ich doch mal. Ich habe einige Dimensional Charts jetzt gesammelt. Mal gucken. Geh ich mit? Ja, ich komm sofort. Warte. Ich wollte nochmal kurz testen hier halt. Aroma? Ja, wäre besser. Im Letz. Ziele. Eins, zwei, drei, vier, muss ich ja haben dann. Mal schauen, wie das funktioniert. Vier, vier. Vier, fünf. Hä? Ach du Scheiße. Da brauchen wir Munition. Die brauchen, die brauchen Strom. Wir brauchen Strom, okay. Das wusste ich gar nicht. Ja gut, Strom haben wir ja. Ist ja jetzt nicht so ein Problem. So, das ist gegangen. Ach so, das habe ich auch noch nicht erklärt. Diese Controller, die es gibt. Ähm. Bei den Dimlets. Es gibt ja Controller, Dimlet, eins, Single, sieben und so weiter. Dieses ist einfach nur dafür da, dass man, ähm, wie viele Sachen, die da theoretisch random reinkommen können. Wenn man zum Beispiel sieben halt Controller da reinhaut, sag ich jetzt einfach mal blöd, dann können sieben verschiedene Sachen da drin sein in der Random-Welt. Dann gibt's zum Beispiel noch warm, nass. Das warme ist zum Beispiel, dass da viele Wüsten sind und so. Und solche Geschichten. Das ist halt auch noch gut zu wissen für die, ähm, für die Dimensionserstellung. Woll ich nochmal noch erwähnen. Ich brauche ja dann noch Munition. Ja. Ist beim Turm aber eigentlich normal. Ich habe noch nicht so den... Aber was brauche ich da für Munition? Wann ist das für Mod überhaupt? Oh, Modular. Ne, da brauche ich eine Klock. Eine Klock. Ist jetzt weniger das Problem. So, du darfst aber auch gleich wieder die Folge bilden, wenn du möchtest. Schau wieder. Boah, das ist mir jetzt vielleicht mit der Munition da. Bock drauf jetzt. Sind wir schon wieder soweit? Ja. Ja. Okay, dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei der Zuschauer. Ich hoffe es hat euch gefallen. Schaut beim nächsten Mal mal rein, wenn es weitergeht. Bis dahin bleibt uns geworgen. Hinterlasst eine Bewertung und einen Kommentar. Schaut beim Bannose am Kanal vorbei. Link wie immer unter in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich danke euch. Tschüss. 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 Tschüss.